Hallöchen und einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu The Stranding. Ähm, wir müssen da wieder durch. Aber, ich wollte versuchen, da rundherum zu laufen, ob ich da mehr Glück hab. Ich probier das jetzt einfach. Zapp, zerapp und los geht's. Versuch, mach klug. Oder wie war das? Ja, ja, du mich auch. Wir haben 45 Minuten Zeit, um die Lieferung abzugeben. Jetzt sag mir nicht, ich komm hier nicht hoch. Mache, dass du hier hoch gehst. Hopp. Hopp. Ich will nicht nochmal in den Wald rein. Ich weiß nicht, ob andere schon auf den Gedanken gekommen sind und gescheitert sind. Ich will das nicht. Nein, 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 nein. Ja, da ist Steil, der Berg. Ist mir egal. Dann laufen wir ein bisschen langsamer. Wir müssen ja nie rennen. Wir machen mal über eine Pause. Laten unsere Energie wieder auf. Und gehen weiter. Ich will nicht nochmal dort durch. Ich weigere mich. Oh nein. Nein, es geht. Langsam, schön, langsam. Und es ist mir sch... Egal, was dort unten alles ist. Ich will nicht. Und warum sollte ich es probieren? Wenn mir das Spiel auch sagt, ich kann es auch so machen. Oder mir die Möglichkeit gibt es. Oh. Oh, Bibi. Wie komme ich denn so... Nee, das war es falsch. Genau so. Alles, was kommt. Oh. Ich hätte es noch schütteln können. Ich weiß. Wow. Daran erinnert mich das gerade ein bisschen. Ey, Junge. Schnee. Wollen. Tun wir nicht. Aber drüben müssen wir hin. Jetzt nämlich... Wuhu. Ja, genau. So ist fein. Zum Nächsten. Du bist Sam Porter Bridges. Du schaffst das. Kurz ausruhen. Weiter. Oh. Leute. Ich sag euch. Wir sind fast safe durch diese Zone gekommen. Ich glaube zwar nicht, dass das so vorgesehen war vom Spiel. Und klar, ich müsste eigentlich die Pakete dort, die dort rumliegen mitnehmen. Oh, da habe ich keine Lust drauf. Gerade. Ich will das nicht. Einmal reicht. Aber ich muss sagen, hier kam auch noch jemand anderes auf diese glorreiche Idee. Nicht nur ich. Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. So. Jetzt gucken wir mal. Ja, ja, ja. Ich weiß schon. Mensch, das ist Kieselstein. Guck mal. Hier ist aber viel. Das nehmen wir alles mit. War da gerade genau über mir einen Regenbogen? Was haben wir jetzt so aus, ne? Ähm… Nehmen wir langsam und mit der Ruhe. Oh, die hat auch nicht auf die Schnauze. Danke für die Hilfe. So, für das Seil. Dann muss ich auch nach unten, ich will ja nach oben. Warte mal. Wie war das Kleine mal? Ähm, ne. Ich würde die gerne nehmen. Guck mal, ich hab nur eins. Ja, das ist aber doof. Oh, muss ich eigentlich Pipi? Das ist noch nicht so meins. Ich komm noch nicht ganz so mit dem Zeug klar. Ein tragbarer Leiter. Mach eine Leiter mit LT bereit und platziere sie mit R. Ah. LT. Nein! Hä? Hä? Das hier? Na, LT ist doch links. Ach so. Ach so, ich drück die ganze Zeit auf die falsche Taste. So, greifen. Das wäre die tollste, toll. Und jetzt gleich springen. Ja. So, und jetzt hoch. Schön langsam sind. Oh ja, jetzt fängt der Wind wieder an. Halt. Kurz Pause. Klettern. Wieso kann ich jetzt? Ah, jetzt. Es ging grad. Ach guck mal, hier bin ich glaube ich schon mal lang gelaufen. Ich wollte schon mal hier rum. Rechts halten. Da. Jetzt ist alles safe eigentlich. Warte mal. Was? Will ich das Ding mitnehmen? Nicht so schnell. Immer mit der Ruhe und dann mit dem Ruck. Oh, dieser Wind. Oh, dieser Wind. Oh, langsam. Okay, so now wieder zusammen. Ja. So hard es so schnell. Oh, ihr noch das zieht euch haven't? Okay, aunts eine Wind wieder. Oh, das war es so schnell ist. Bew why das wars mit ihr sein? Oh, wir sagen jetzt. Ach so coeur gesch Nina. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Boah, alter. Ja, ich weiß, ich muss die Musik eigentlich rausmachen. Mir gefällt die Musik. Und ich habe ja jetzt auch nicht vor, das zu monetarisieren. Daher, warum sollte ich das jetzt rausnehmen? Wenn sie es unbedingt wollen, dann muss ich nochmal drüberquatschen, dann muss ich das nochmal anders deichseln. Aber ansonsten, noch haben sie sich, ich sage jetzt mal ganz bösartig, noch hat sich keiner beschwert. Und daher bleibt das erstmal. Ich guck mal, wie schwer das ist. Es geht. Fracht, die zu Aufträgen gehört, die nur Sam erledigen kann, wird in goldenen Behältern transportiert. Die zu Standardaufträgen gehörenden Behältern sind silbern. Gib auf goldene Behälter besonders gut Acht. Ja, 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 ja. Mach ich. Ich nehme einfach alles mit, was wir hier finden. Ich weiß gar nicht, für was war das Sandalenkraut? Entschuldigung, wenn ihr da mal mein Telefon hört. Ich habe vergessen, den Ton auszumachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und außerdem finde ich die Musik so episch, so absolut geil. Das erste Lied ist zum Beispiel auch eins meiner absoluten Lieblingslieder. Das habe ich mir selbst für mein Auto geholt. und das habe ich mir wirklich richtig, richtig, echt erworben. So, warte mal leiden. Zack. Bibi, für dich. Was ist das? Ach, ausruhen. Da ist jemand glücklich. Oh, wir haben es gleich geschafft. Ja, ja, eine halbe Stunde noch. Mensch, mach doch mal keinen Stress. Junge. Wir können das schon noch rechtzeitig schaffen. Mann, 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 Mann. Steht aber jetzt viele rum, oder? Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, dass es so viele sind. Ja, das lesen wir später. Ist noch so einer. Warte mal, meine Blutzufuhr wird er hier. Es ist eklig, sowas es gibt in diesem Spiel. Amts. Ah, Blutvolumen wieder hergestellt. Ekelhaft. Ja, sag ich dir. Richtig. Ekelhaft. Zu weit von Fracht entfernt. Lecker. Guck, liegen lassen. Upsi. Ich kann jetzt gerne nach der Turnbahn. Jetzt können wir Moped fahren. Ah, das schaffen wir heute nicht mehr. Das schaffen wir heute nicht mehr. Ruhe. Ich muss hier rüber. Oh. Oh. Wenn es das schon wieder an mit Gewittern, ey. Nerv. Nerv, 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 Nerv. Oh, wir sind gleich da. Was ist das eigentlich? Warte mal. Hey. Holographische Pilze. Ich hoffe, wir sind auch im richtigen, oder? Ist das ein falscher? Doch, das ist die Rüste. Sehr schön. Nein. 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 Man nennt dich nicht umsonst eine Legende. Ja, sorry, ich bin auf die Kusche geflogen. Schön rundherum gelaufen. Ich bin auf die Kusche geflogen. Resine. Mit chiralem Netzwerkabdeckung können jetzt mehr Konstruktionen errichtet werden. Verbindungsstufe gestiegen. Verteilerzentrum, was ich von Keppel in der City, die Materialmenge, die Sam nutzen kann, wurde erhöht. Okay. Okay. Oh, okay. Mh-hmm. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferteur. Mh-hmm. 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 Mh. Mh-hmm. 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 So, wie viele Leitern habe ich denn noch einstecken? In Besitz 5. Ach so. Ach so. Das ist doch bloß. Das ist doch bloß. Nein, das will ich doch nicht. So, ich habe ein Frachtregal. TCK. Was? Das muss ich ja mitnehmen. Oder? Oh, auf den Rücken. Los geht's. Ähm. Hä? Verlorene Medizin? Zerstört? Naja, dann fliegt es weg, oder? Nein? Ach, Mensch. Ich war doch noch nicht fertig. Wenn's kaputt ist. Ne? Aha. Antwort. Brauchen wir nicht. Ne, da haben wir eigentlich genug. Leider haben wir noch eine Kletterverankerung haben wir noch. Reparaturspräger haben wir noch. Okay. Kann ich das irgendwie? Naja, gut. Okay. Fertig. Okay. Auftrag zugewiesen. Aber. Mal ohne Scheiß. Ich mach jetzt erst mal Pause. Hä? Ich bin jetzt zum Windpock und zurück. Jetzt reicht's. Jetzt ist erst mal Pause. So, was ist denn? Der ist gefurzt. Guten Morgen, Sam. Guten Morgen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erst mal Schluss. Und am Montag, wenn wir uns wiedersehen, werden wir uns doch wieder lesen, lesen, lesen. Weil wir haben bestimmt einen Haufen E-Mails, wie das aussah. Und einen Haufen neue Interviews. Und ach, das ist wirklich eine Lesefolge. Aber es gehört dazu. Es gehört leider alles zum Spiel. Und das muss alles mit rein. Es tut mir leid. Dann wünsche ich euch einen wundervollen vierten Advent. Ist das schon der vierte Advent? Ich glaube, wie die Zeit vergeht. Nein, der dritte Advent. Der dritte Advent. Und ich wünsche euch einen wundervollen dritten Advent. Dritten Advent? Bin ich doof? Das ist der vierte Advent. Und dann die Woche drauf nicht lacht. Oh, einen wundervollen vierten Advent wünsche ich euch. Und Ruhe jetzt. Ich verabschiede mich gerade. Sei still. Nein, Ruhe. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Montag wieder. Frisch und munter. Früh um sieben. Zu einer neuen Folge des Stranding. Schönes Wochenende. Ciao.